Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ausrüstungsnachbesprechung von unserer Grönlandtour. Für diejenigen die es interessiert. Wichtig, nur für diejenigen die es interessiert. Das Ausrüstungsgelaber, es hat seine Freunde, es ist aber nicht für jeden und für den es nicht ist, der braucht sich auch nicht angucken. Also dann, ich bin euch nicht böse, wenn ihr es nicht anschaut und bin euch schon gar nicht böse, wenn ihr nicht einen Kommentar schreibt, in dem drinsteht, dass ihr es nicht anschaut. Das traue ich nämlich nicht. So Kochabteilung, Kochabteilung. Ungefähr so sah das aus, unser Köcherchen, was wir mitgenommen haben, also unser Töpflein, was wir mitgenommen haben. War dann natürlich mit anderem Zeug gefüllt, als jetzt drin ist. Dann hatten wir hier noch dieses Objekt, ohne die Hülle. Dann hatten wir noch den Kocher und den auch ohne den schwarzen Sack. So, gehen wir mal alles der Reihe nach durch und dann kann ich euch sagen, wie das performt hat. Ich versuche nicht halbwegs kurz zu fassen, weil ich muss ja sämtliche Ausrüstung durchklauen und das kann auf die Dauer eine Weile dauern. Wichtig, im Kocher drin, beziehungsweise beim Kocherzubehör, haben wir aufbewahrt ein Kocher-Maintenance-Kit. Das wiegt natürlich auch noch mal was. Also Faktor Gewicht ist bei diesem Kocher wirklich so ein bisschen, der ist schon schwer. Der hat Leistung ohne Ende. Wir waren glücklich und zufrieden mit dem Ding und wir würden ihn jederzeit wieder mitnehmen. Hat uns einfach Freude gemacht, auch mit dem Teil zu arbeiten. Aber Faktor Gewicht spielt eine Rolle. Ist nicht die leichteste Lösung. Ist auch nicht ultraschwer. Das auch nicht. Es gibt durchaus zwischen der leichtesten Lösung und der schwerstmöglichsten Lösung Abstufung. Und irgendwo bei den Abstufungen befinden wir uns etwa im mittleren Bereich, würde ich sagen. Also nicht Mittel halt. Nicht schwer, nicht sehr schwer. Mittel, aber auch nicht leicht oder sehr leicht. Kocher-Maintenance-Kit bestehend aus zwei Tuben, weil ich zwischendurch meine Phase hatte, da habe ich das Pumpenleder falsch bedient und deshalb habe ich immer relativ viel von dem Schmiermittel hier gebraucht. Ich hatte ein bisschen Angst, habe den Kocher noch zu lange nicht wieder im regelmäßigen Einsatz bei richtigem Einsatz des Pumpenleders nicht lange genug im Einsatz gehabt und habe deshalb noch extra Schmiermittel mitgenommen. Wäre nicht notwendig gewesen. Ich werde das entsprechend jetzt dann nachher reduzieren. Aber hier ist als Ersatzteil drin einmal so eine Vorheiz-Wattepad. Damit kann man eben den Kocher anwerfen. Dichtungsringe für jede erdenkliche Stelle, wo man einen Dichtungsring braucht, einen Ersatzpumpenleder, das ist hier dieses Ding. Damit kann man also quasi wirklich alles, was am Kocher kaputt gehen kann, ersetzen und dann funktioniert der wieder. Außerdem war im Kochzubehör drin, um das kurz zu erwähnen, unser generelles Reparaturset. Das wiederum ist deutlich sehr leicht ausgefallen. Eine Zange braucht man eigentlich mindestens um Zeltstangen, gebrochene Zeltstangen richten zu können. Dafür ist eine Zange eigentlich erforderlich, mindestens, wie gesagt. Da wir aber eine leichte Zange haben wollten, haben wir uns für dieses kleine Mini-Dingelchen hier entschieden. Das langt tatsächlich für ein einfaches Zeltgestänge noch aus. Gerade so. Also die kleinstmöglichste und leichtmöglichste Zange, die man mitnehmen kann. Sie war auch ansonsten für ein paar andere Sachen praktisch. Und wir haben sie zum Teil auch zum Zwecke der Maniküre verwendet. Und vor allen Dingen Pediküre. Wer mal lange Zeit wandern war, weiß, Pediküre tut Not, damit man nicht so viel Schmerzen am Fuße hat. Und da ist so eine kleine Schere durchaus hilfreich. Eine kleine Nagelfeile, dass da noch ein bisschen Schraubenzieher zeugt und so weiter. Außerdem war da mein Flickset für meine Isomatte drin. Das sind hier diese weißen Dinger. Die sind auch immer noch drin. Wir hatten ein bisschen Panzertape. Und da ist gar nicht mehr so viel übrig. Wir haben hier nämlich gebraucht. Etwas Sekundenkleber. Und zusammen mit der Zange und dem sowieso beim Zelt noch dabei sich befindenden Zeltreparatur-Kit, wo außer der Zange eigentlich alles dabei ist, was man zum Zeltreparieren so braucht, hat uns das gereicht. Dass am Rucksack irgendwelche Schnallen kaputt gehen, davon darf man nicht ausgehen. Trotzdem braucht man nicht ausgehen, wenn man einen sehr massiven Rucksack dabei hat. Der hebt auf 5, 6, 7, 8, 9, 10 Touren. Und bei der 11. kann man überlegen, ob man einen Satz Schnalle mitnimmt. Aber das ist Quatsch. Also da kann man sich dann schon auf seine Ausrüstung verlassen, meiner Meinung nach. Deshalb reicht meiner Meinung nach, und es hat auch gereicht, ein wirklich sehr rudimentäres Reparatur-Kit. Außerdem hatten wir noch ein Nähe-Set dabei. Das haben wir sogar gebraucht. Zweimal. Einmal hatte ich einen kleinen Riss in der Hose. Nichts Schlimmes. Aber Evelyn hat es mir genäht. Herzlichen Dank. Und für irgendwas anderes haben wir es... Ach ja, sie wollte... Sie hat die Nadel gebraucht, um sich Blasen aufzustechen. Da kann man ja auch wirklich sehr getrennter Meinung sein. Ich zum Beispiel lasse meine Blasen immer ganz und warte, bis sie halt verheilen. Wenn es ganz, ganz krasse Blasen sind, mache ich so einen Blasenpflaster drauf. Das hilft zwar nicht viel, aber ich habe das Gefühl, das hilft wenigstens etwas. Aber ich steche die nie auf. Evelyn sticht sie gerne auf. Wieder andere Leute ziehen gerne einen Faden durch. Das ist fast schon Religion. Es muss jeder selber wissen, wie er mit seinen entsprechenden Blasen umgehen möchte. Ja, also Naked gehört da gedanklich noch dazu. Dann der eigentliche Kocher. Das ist dieser Beutel hier. Da war auch noch besagtes Feuerzeug hier drin. Das ist so ein einfaches Jetframe-Feuerzeug, das ich mal geschenkt bekommen habe. Vielen herzlichen Dank. Also ich habe da gleich ein paar von. Ja, es hat ein klein wenig gelitten während der Tour. Dahingehend, dass kurz eine hohe Flamme kommt. Und danach lässt sie etwas nach. Aber es hat immer noch gereicht, zum Kocher einigermaßen andere Tünde zu kriegen. Das war also nicht so sehr das Problem. Dann habe ich jetzt irgendwo in der Hütte noch dieses Streichholzbriefchen gefunden und mitgenommen. Ich dachte, Backup-Feuer kann nicht schaden. Also das Backup vom Backup vom Backup. Und ansonsten ist hier die komplette Kocher-Zubehör-Krempe drin. Die Freiplatte, die mir immer abgeht. Klar, man kann die auch festmachen, aber irgendwie traue ich mich nicht daran rumzubiegen. Nachher passt sie nicht mehr. Dann ist hier das Kocher-Universal-Werkzeug, mit dem man den kompletten Kocher auseinandernehmen kann. So wie zum Beispiel die Brennstoffleitung abschrauben, die Kocherpumpe, die man für den Benzinbetrieb braucht. Für Gas braucht man sie nicht. Und der eigentliche Kocher, den habt ihr jetzt mehr als oft genug gesehen, aber ich wollte ihn noch mal vorzeigen. Und dann hatten wir noch ein Backup-Feuerzeug. Also das Backup vom Feuermachen vom Backup, vom Feuermachen vom Backup und so weiter. Hier mit Schutzkappe und das war sogar auch einmal nötig, weil uns das hier mal zwischendrin ein bisschen versagt hat. So, das also zum Kocher. Man muss sagen, das Ding ist deswegen schwer, weil er halt sehr effizient kocht. Das heißt, man kann bei der langen Tour ungefähr sagen, dass irgendwann die Tour so lang ist, dass das Gewicht vom schweren Kocher durch die Brennstoffersparnis dann wieder ausgeglichen wird. Es gilt insbesondere dann, wenn man einen sehr effizienten Topf dazu verwendet. Das war unser Topf, den wir dabei hatten. Das ist der ETA Powertopf von Primus, die 1 Liter Ausführung. Und der hat, wer ihn noch nicht kennt, hier unten diese interessanten Lamellen. Die dafür sorgen, dass wenn man den jetzt so auf den... Moment. Wenn man den auf den Kocher drauf stellt. So. Dann landet die ganze Hitze hier unterhalb, hier auf dem Topfboden natürlich. und wird dann seitlich in die Lamellen getrieben. Und durch die Lamellen kommt die Hitze nur sehr langsam durch. Das bedeutet, alle Hitze, die unter dem Topf ankommt, bleibt deutlich länger unter dem Topf und geht nicht sofort seitlich dran vorbei und ist weg. Das reduziert nach Herstellerangaben die Kochzeit und den Brennstoffverbrauch um 20 Prozent. Nach unseren Ergebnissen in Grönland 30 bis 40 Prozent ungefähr. So etwa 35 Prozent. Ich vermute, das ist umso effizienter auf so kleinerer Flamme man kocht und je kälter es ist. Weil dann der Brennstoffverlust um den Topf drum herum umso größer wird, je kälter die Außentemperatur. Und bei den doch recht kühlen Temperaturen, bei denen wir dann meistens abends gekocht haben, da wird es im Schnitt sowas um die 6 Grad gehabt haben, hat das schon sehr 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 gut funktioniert. Der Topf ist jetzt in der Ready-to-Use-Konfiguration, jetzt bei mir zu Hause, jetzt nicht für Grönland ausgestattet. Viele Leute stört der Deckel, der ist aus Kunststoff. Der hat jetzt nichtsdestotrotz etwa 30 Kochvorgänge oder den kleinsten irgendwie Kratzer oder die kleinste Form von der wird spröde, der ist temporös und so weiter, hat er alles komplett ohne jede kleine Beanspruchung überstanden. Der ist auch genauso gut wie neu. Ich weiß nicht woher ihr diese Information habt, dass der irgendwann spröde werden soll. Hochwertiger Kunststoff kann schon sehr lange halten, eigentlich. Wer jetzt emotional ein Problem damit hat, dass das ein Plastikdeckel ist. Ja, das ist dann halt so. Das kann man haben, das muss man aber nicht und rein funktional gesehen funktioniert der sehr sehr gut. Der war auch praktisch, wenn man mal irgendwas zur Seite legen wollte, was irgendwo anders hinschaufeln wollte. Die hatten nur wenig Geschirr und da war dieser ausgehöhlte Deckel, in dem man auch wirklich mal ein bisschen Zeug unterbringen kann, ein bisschen Essen unterbringen kann, ihn notfalls auch als Ersatzteller verwenden kann, war da sehr sehr hilfreich für Gerichte, die einfach mehr Kochgeschirr gebraucht hätten, wo wir ein bisschen Anspruchsvolleres zubereitet haben. Denn wir hatten ansonsten bloß eben diesen Topf und eine, die Darntase, kommt gleich noch schnell ganz kurz. Der Topf war gefüllt mit vor allen Dingen Gewürzen, Tee, Getränkepulver und so einem Zeugs. Aber jetzt in der Daheim-Ausführung habe ich hier das drin, einmal ein Senf. Ich grille halt immer noch gerne Würstchen und dann vergesse ich immer das Senf. Und deswegen habe ich jetzt so eine Mini-Senftube immer dabei. Dann für zwei Personen ist der ausgerichtet. Evelyn ihr kleiner Klapplöffel. Warum Klapplöffel? Naja, die passen da rein. Mir ging es halt darum, dass ich einfach gerne alles beisammen habe, dann verliere ich auch nicht dauernd einen Löffel. Natürlich kann man einen größeren und stilvolleren Löffel nehmen, wenn man gerade dran denkt. Aber ein Notlöffel ist so jedenfalls immer da, damit man wirklich nicht ohne Löffel dann am Ende dasteht. Ich konnte es nicht sein lassen und habe mir noch einen Spork besorgt. Ja, also Klapp-Falt-Spork. Ist auch nichts besonders tolles, ne? Hallo, wir reden hier von einem Löffel. Also der Kult, der teilweise um Löffel gemacht wird. Ich habe da, als ich noch jung war, daran teilgenommen. Inzwischen, nee, kein Bock mehr. Dann habe ich immer noch drin ein kleines Gewürzdingelchen hier. Also diese Track & Eat Gewürz, Mini-Gewürzstreuerchen. Die kennt man. Davon habe ich gefühlte 20. Nicht ganz. Ich brauche nicht noch mehr, danke. Und da habe ich hier noch einen kleinen Minigas-Kocherlein. Den kennt man inzwischen auch. Das ist der BRS China-Kocher, mehr oder weniger. Der ist ein bisschen klapprig. Und ich frage mich, wie lange der wohl noch halten mag. Aber bisher, die Performance ist super. Der wiegt halt nichts. Der wiegt gefühlte 25 Gramm. Irgend so was um den Dreh. Lass es 30 Gramm sein. Mit der Hülle dazu von mir aus noch. Aber für den normalen Hausgebrauch, für den normalen Einsatz in Deutschland auf eine Expeditionsartikel möchte ich Ihnen nicht mitnehmen. Aber in Deutschland absolut top. Aber wir hatten ja eigentlich diesen hier dabei. Das ist jetzt nur meine Alltagskonfiguration. Dann passt dann auch wunderbar eine 100 Gramm Gaskartusche rein. Und zum Spülen noch zwei solche auf Quell Papiertücher. Äh, also die nicht auf Papier. Viskosetücher. Baumwolltücher. Zum Saubermachen gleich. Achja, und das Ganze ist in dieser Schüssel. Die hat noch den großen Vorteil, dass man eben Dinge im Topf verpacken kann, ohne den Topf zu verkratzen. Weil der ist antihaft beschichtet. Und das funktioniert tipptopp. Also die Antihaftbeschichtung ist einfach nur super. Da ist uns noch nie irgendwas angebrannt. Und den haben wir jetzt echt. Also ich habe ihn viel benutzt, bevor ich nach Grönland bin. Habe ich mir Mühe gegeben, ihn viel einzuweihen und viel zu nutzen. Und in Grönland haben wir ihn ja tödlich mehrfach verwendet. Alles was wir gekocht haben, haben wir auf dem Ding gekocht und war alles super. Und wir sind begeistert. Wir sind schlichtweg begeistert. Vor allen Dingen eben noch die Brennstoffersparnis. Und wie schnell das geht. Jetzt kann man ja sagen, ja gut, ist ja egal, ob das Wasser in drei Minuten kocht oder in 20. Ich habe draußen ja Zeit. Ja, aber wenn es draußen so richtig kalt wird und Evelyn schon im Zelt liegt und man noch draußen ist, um noch die Küche zu machen und langsam die Sonne runter geht. Und es wird wirklich spürbar jede Minute kälter. Das ist auch sehr bemerkenswert in der Arktis. Wie ist dann, wenn die Sonne dann mal wirklich weg ist? Splagartig, wirklich kälter und kälter. Die Sonne geht tiefer und im gleichen Maß. Kälter, 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 kälter. Dann ist sie weg und dann ist es auch kalt. Und ganz ehrlich, dann ist es nicht egal. Dann ist es wirklich nicht egal, ob du noch 20 Minuten vom Topf hockst und drauf wasserst, dass dein Wasser kocht. Dann bist du wirklich froh, dass dieser kraftvolle Kocher, den man theoretisch also auch mit voller Kraft betreiben kann, das habe ich selten gemacht, um Brennstoff zu sparen, in Kombination mit diesem Topf unglaublich effizient ist. Ja, beides zusammen ist schwer. Aber ich hatte euch vorgerechnet, bevor wir los sind, wie viel Brennstoff ich denn kalkuliere, beziehungsweise wie viel Brennstoff ich kalkuliert hätte, hätten wir Spiritus genommen. Hätten wir Spiritus genommen, wären wir mit mindestens zwei Litern Spiritus losgezogen. Es hätte übrigens unterwegs auch wenig Spiritus zum Nachtanken gegeben. In den Hütten lag nämlich teilweise durchaus Brennstoff rum, aber Spiritus nur in den ganz, 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 ganz großen Hütten. Gas gab es fast überall, Benzin am zweithäufigsten. Also jede dritte Hütte ungefähr, gefühlt, hatte noch einen Benzinvorrat. War nicht notwendig, wir haben dann immer den Gasvorrat einmal ein wenig benutzt. Einfach weil ich Angst hatte, dass uns der Brennstoff nicht reicht. Ich bin ja Brennstoffparanoiker. Tatsache ist, als wir dann angekommen sind, zurück in der Zivilisation, hatten wir von 900 Millilitern Brennstoff noch ca. 400 Milliliter übrig und wir hatten noch mindestens ein Drittel Gaskartusche. Also wir haben ungefähr die Hälfte vom Benzin verbraucht und zwei Drittel Gaskartusche, die etwas größere, die eins größere Gaskartusche, die 22 Gramm Gaskartusche. So, wie gesagt, wir haben ein bisschen das Zeug aus den Hütten verwendet, aber wir haben gegen Ende der Tour, hatten wir noch einen Pfund von extra Essen, haben wir besonders viel gekocht und das hat sich damit also eigentlich ungefähr wieder ausgeglichen. Und das heißt, die Effizienz von diesem Kochsystem ist für kalte Temperaturen insbesondere sogar noch viel größer, als ich mir eben gedacht habe, als ich ursprünglich vermutet hatte. Das heißt, das Ganze war definitiv eine leichte Lösung. Es war vielleicht nicht die allerleichteste Lösung, leichter wäre möglicherweise wirklich dieser Minikocher hier mit einem Titantopf gewesen. Möglicherweise, aber andererseits ist die Frage, wie lange dauert es dann, bis das Wasser dann kocht. Das hätte wahrscheinlich wirklich erheblich länger gedauert und man hätte erheblich mehr Brennstoff gebraucht. Und der Ihre, der das Ding super schnell gelaufen hat und uns am vorletzten Tag überholt hat, der hatte eine 220 Gramm Kartusche, also eins größere als die hier, und so einen Minikocher und einen Titantopf dabei. Der hat in fünf Tagen seine Gaskartusche geleert. Nicht ganz, also am vierten Tag abends war sie wohl leer. Dann musste er an der nächsten Hütte, da hat er uns getroffen, sich eine Gaskartusche, die dann rumlag, schnappen, um sich seinen Kaffee machen zu können, damit er weiter kann. Und Kaffee kommt ja wohl nicht weit. Der Mann war total krass, aber er ist abhängig von Kaffee. Er hat auch einen Schwachpunkt. Niemand ist perfekt. Worauf ich hinaus möchte, vier Tage hat der alleine eine 220 Gramm Gaskartusche durchgebracht mit so einem Kocher-System. Wir haben unsere 220 Gramm Gaskartusche zu zweit in sechs Tagen nur zwei Drittel leer gemacht. Und wir haben die andere Zeit Benzin benutzt. Und davon haben wir halt irgendwie viermal Milliliter oder was verbraucht. Und wir haben dann wirklich ordentlich gekocht. Auch gerade mit dem Benzin haben wir wirklich ordentlich gekocht. Extra Mahlzeiten, weil wir ja noch Proviant in der Hütte gefunden hatten. Und gegen Ende auch noch damit gekocht. Und gekocht, gekocht, gekocht. Also die Ersparnis, also der Brennstoffverbrauch im Vergleich zu einem regulären Gaskocher oder zu Spiritus oder zu meinem alten Benzinkocher vielleicht im Vergleich. Von diesem Kochsystem beträgt ungefähr 30 bis 35 Prozent in der Hütte. Und das sperrt dann wirklich Gewicht. Hätte man das vorher gewusst, hätte man auch erheblich weniger Brennstoff mitschleppen müssen. Also für die Zukunft weiß ich es. Dieses System, was ich mir ja als super effizient überlegt hatte, ist super effizient. Definitiv. Also wir sind begeistert. Und das Kochen hat Spaß gemacht. Das war immer absolut zuverlässig. Er ließ sich immer super reinschalten. Morgens wie abends hatten wir nie Probleme. Bei schlechtem Wetter, bei starkem Wind gab es einmal im Moment, da hat es ein ganzes bisschen länger gedauert, aber dann war alles gut. Und in Kombination dazu, diesen Windschutz war auch tiptop. Der hat super, super funktioniert und würde heute noch viel besser aussehen, wenn ich nicht mal irgendwann draufgetreten wäre. Das muss man natürlich vermeiden. Das Ding ist schon so fragil, dass man nicht drauf treten sollte. Es ist nicht so, dass er sofort kaputt ist, wenn man drauf tritt. Und er hat einen Nachteil, dass er kurzfristig Lärm produziert, wenn man ihn am Topf anbringt. Ist er dann aber beim laufenden Kochvorgang in Betrieb um den Topf, dann macht er auch keinen Krach. Also da kann auch noch so Wind gehen. Das ist so eng um den Topf sitzt das dann, dass es dann keinen Lärm produziert. Also beim Ein- und Auspacken macht er Krach, beim um den Topf drapieren macht er auch noch mal ein bisschen Krach und danach ist er aber leise. Und warum macht er Krach? Weil er halt ein dünnes Titanblech ist. So, und der hebt jetzt zusammen, indem man hier diesen kleinen Magnet dran macht und dann stellt man ihn so rum um den Topf. So drumrum im Grunde. Hat durchaus jetzt ein paar Macken davongetragen, einige Ecken, einige Beulen, ist aber noch stabil, ist nicht eingerissen oder so. Es sind wirklich bloß Verbeulungen und er funktioniert noch. Für eine große Tour würde ich mir schon noch mal einen neuen zulegen. Die kosten irgendwie 14, 15 Euro, irgendwas um den Dreh, glaube ich. Aber wäre ich nicht draufgetreten, würde er noch erheblich besser aussehen. Und ich hatte ihn vorher auch schon in Verwendung. Also so sehen diese billigen Titan-Dinger da aus China, sehen sie aus nach einmal Arctic Circle Trail und etwa 10 weiteren Verwendungen. Und ich finde, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Also der ist auch nicht kaputt, den kann man schon noch nehmen, lediglich für eine große Tür, würde ich ihn erneuern. So, und außerdem hatten wir noch einen Titantopf und zwar folgenden, einfach damit ich ihn nochmal vorgestellt habe, gezeigt habe. Also das ist, der hier drin ist, der da drin ist, das ist so ein bisschen dieser hier. Den Becher hatten wir auch zusätzlich dabei. Das war mein Teebecher, Evelines Kaffeebecher. Wir hatten zu zweit nur einen Becher. Wir konnten dann halt nicht parallel was trinken, außer jemand halt aus dem Topf oder aus der roten Schüssel entsprechend. Das hat wunderbar funktioniert. Also, was das Kochsystem angeht, und als Löffel hatten wir jeweils einen einfachen Plastiklöffel. So irgendwas in dem Stil. Also nicht klappbar, sondern feststehend. Aber das war nichts Besonderes. Ja, das waren die leichtesten Löffel, die es so gab. Die wiegen sowas um die 8 Gramm, 9 Gramm. Sowas um den Dreh. Ja, also das war das Kochsystem. Jederzeit wieder genau so. Das hat sich absolut bewährt. Wir sind beide echt richtig, richtig, richtig überzeugt. Und es hat auch Freude gemacht. Das ist ja auch nicht völlig unwichtig, dass man Spaß mit seiner Ausrüstung haben sollte. Bis zum nächsten Teil.